Moin und herzlich willkommen zur zweiten VBL Show der laufenden Saison. Beim letzten Mal haben wir euch Chrissi und Leon unsere beiden Neuzugänge vorgestellt und haben mit den beiden über den Start in die VBL Saison gesprochen. Heute habe ich hier wieder zwei Neuzugänge am Start und zwar unsere Youngster Umut und Jeffrey und will euch auch die beiden einmal näher vorstellen, mit den beiden über den Verlauf der bisherigen VBL Saison sprechen und natürlich darüber reden, wie sie persönlich bisher abgeschnitten haben. Vorab aber erstmal Jungs, richtig coole Trikots. Vielen Dank, Dankeschön. Wie fühlt sich das an in so einem E-Sports-Trikot vom HSV? Ja, also ein schönes Gefühl auch, dass wir jetzt unser eigenes Trikot haben, das hat ja nicht jeder und auch mit dem Design, also das ist schon was Besonderes. Und auch wenn mich jetzt so jemand vor einem Jahr oder so gefragt hätte, ob ich mir das vorstellen könnte, also hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt in einem Jahr so bei so einem Fußballclub oder so spielen werde. Umut, du sagst es gerade, du hättest dir selber niemals so richtig vorstellen können, dass du mal FIFA-Profi wirst. Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen skizzieren, wie war der Weg dahin? Wie kam es, dass du letztendlich FIFA-Profi geworden bist? Wie hast du das geschafft? Also ich habe halt mehrere Turniere hier in Hamburg halt gespielt und auch mit Jeffrey gespielt zusammen. Und die haben wir dann auch zusammen, ich glaube, eins konnten wir gewinnen und bei einem Turnier war ich halt sehr weit, Jeffrey war auch sehr weit. Dann hatten wir halt den Kontakt zu Roberto und hatten wir halt noch eine Agentur, der sich dann an unsere Agentur gewendet hat. Und dann kam das dann so halt, der hat jetzt halt viel mit unserem Manager gesprochen. So viel haben wir jetzt auch nicht mitbekommen, aber so war das halt so ungefähr. Jeffrey, also einen ähnlichen Weg gegangen. Du kanntest Umut schon, bevor ihr beiden hier quasi beim HSV begonnen habt zu spielen? Ja, also es war so, dass wir uns schon durch Freunde kannten. Und ich war halt bei den Playoffs in Berlin zusammen mit einem guten Freund Daniel, der ist auch jetzt bei der E2 hier. Und der ist halt bei Kingingsports und ich war dann in Dortmund mit ihm zusammen bei den Playoffs, habe ihn unterstützt dort und da habe ich auch Daniel gesehen. Kingingsports war dann auch halt interessiert an mir und ja, dann habe ich dort unterschrieben bei Kingingsports Ende März, als ich dann 16 geworden bin. Und ja, als Umut dann auch weiterhin immer in der Top 100 war, habe ich ihm dann auch vorgeschlagen, dass er auch mal versuchen soll, da reinzukommen. Und ja, also der Chef von King war dann halt einverstanden damit und deshalb ist dann Umut auch zu uns gekommen. Hört sich auf jeden Fall nach einem richtig spannenden Weg an, zumal ja das Besondere bei euch beiden ist, ihr seid noch Schüler. Wie muss man denn sich bei euch so den Alltag vorstellen zwischen Schule, FIFA und vielleicht auch anderen Hobbys? Ja, also bei mir ist es halt so, dass ich jetzt auch zur Zeit mein Abitur mache und deswegen habe ich jetzt, ich habe immer noch viel Zeit für FIFA, aber ich spiele halt hauptsächlich am Wochenende und dann haben wir noch einen Tag in der Woche, wo wir Training haben und ich denke, bei mir also reicht das auch vollkommen. Mit FIFA ist es auch so, dass man sich auch überspielen kann, wenn man zu viel spielt. Deswegen finde ich, habe ich so das perfekte Gleichgewicht. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich halt gerade noch Abitur mache und ja, wenn ich von der Stunde nach Hause komme, spiele ich. Aber, also ich spiele FIFA, ich spiele auch manchmal andere Spiele, auch manchmal gemeinsam mit Umut und ja, wie er schon gesagt hat, man sollte halt nicht zu viel spielen. Deshalb versuchen wir das halt auch immer, ja, darauf zu achten, Donnerstagstraining und manchmal trainieren wir auch zusammen mit King Esports. Und seid ihr also beide auf dem virtuellen Rasen richtig gute Zocker? Wie sieht es denn so auf dem echten Rasen aus? Spielt ihr selber noch? Habt ihr mal gespielt? Also ich spiele selber noch in der Oberliga. Ist jetzt halt auch noch ein bisschen schwer mit dem E-Sport zusammen. Ich kann halt nicht halt zu jedem Training immer gehen, aber ich versuche halt so oft wie möglich hinzugehen. Wenn ich auch Klausuren schreibe, dann kann ich auch vielleicht mal nicht zum Training gehen, muss ich halt ein bisschen lernen. Aber sonst bin ich jetzt nicht der Allerbeste, aber ich bin auch nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, ich habe auch vor einem Jahr ungefähr aufgehört und ich habe vorher auch in der Oberliga gespielt. Also, sehr interessanter Weg, den unsere beiden E-Sports-Youngster gegangen sind. In der VBL-Saison sind sie dieses Jahr allerdings noch nicht dabei. Da haben wir unsere vier anderen Profis am Start und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie die sich bisher in der virtuellen Bundesliga geschlagen haben. Mats ab! Bisher spielt unser HSV-E-Sports-Team um Krissi, Leon, Quinten und Niklas in der virtuellen Bundesliga eine sehr starke Saison. Das größte Highlight der ersten elf Spieltage war mit Sicherheit direkt der erste. Denn dort gewann man live im TV auf ProSiebenMax mit 7 zu 1 gegen Holstein Kiel. Legendär dabei Niklas' Reaktion auf das Tor zum 1 zu 1 im Doppel. Riesenfreude! Bei Hamburg! Ja! Hier ist HSV! Hier ist der HSV! Apropos Doppel, unsere beiden alten Hasen Niklas und Quinten präsentieren sich bisher ausgesprochen stark im 2 gegen 2. Mit 6 Siegen haben Double Trouble die Zweitmeisten in dieser Kategorie geholt. Ja! Dauer, Mann! Das Derby gegen den deutschen Meister Werder Bremen konnte in einem knappen Spiel leider nicht gewonnen werden. Trotzdem lieferten unsere Jungs auch hier eine starke Leistung ab. Kommt schon! In die Mitte! Ja! Das war ja eigentlich! Und was? Mit 6 Siegen, einem Unentschieden und 4 Niederlagen rangieren die E-Rothosen aktuell auf dem 6. Platz der VBL. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie es bisher lief für unsere E-Rothosen in der VBL. Wie ich es bereits gesagt habe, die beiden Youngster in dieser Saison nicht dabei. Da interessiert sicherlich die meisten E-Fans. Umut, was macht ihr denn eigentlich, wenn die vier Jungs an den VBL-Spieltagen an der Konsole sitzen? Also bei mir ist es meistens so, dass ich dann auch zu dieser Zeit selber Fußballtraining habe. Aber auf dem Weg dorthin verfolge ich natürlich die Spiele und ich hoffe natürlich auch, dass wir gewinnen. Und da gucke ich die Spiele auch immer live auf Twitch. Und ja, sonst mache ich eigentlich nichts. Jeffrey, du hast eben gesagt, aktiver Fußball ist für dich nicht mehr. Schaust du dir also alle Spiele live an oder bist du auch hier im Stadion und unterstützt die Jungs? Wie sieht das bei dir aus? Ja, also im Stadion bin ich selten, weil das relativ früh anfängt und ich vorher Schule habe. Und es halt auch für mich immer lange dauert, hierher zu kommen. Aber ich verfolge die Spiele eigentlich auch immer live auf Twitch und bin auch immer im Chat, wie Roberto immer sieht. Aktuell stehen die Jungs auf Platz sechs. Also eine richtig gute erste Halbserie gespielt, wenn man es mal so nennen möchte. Umut, wie würdest du bisher die Leistungen einordnen? Also ich fand unsere Leistung bis jetzt sehr gut. Also ich finde unser Ziel wäre ja die Top 10 zu erreichen und bis jetzt sieht es sehr gut aus. Und wenn wir dann halt sogar noch die Top 6 erreichen würden, wäre das halt sogar noch viel besser. Jeffrey, bist du auch so zuversichtlich, was das angeht? Ja, also wenn man sich die Hinrunde anschaut, hat man ja gesehen, dass sie auch sogar noch höher waren als auf dem sechsten Platz. Und schon gezeigt haben, dass sie ganz oben mithalten können. Daher glaube ich, dass wenn die jetzt so weitermachen und weiterhin gut trainieren, dass wir echt gute Chancen haben, auch sich direkt fürs Final zu qualifizieren. Ja, Top 6 wäre also das Maximalziel, wäre der Best Case. Falls unsere Jungs zwischen Platz 7 und 16 ins Ziel kommen, müssten sie den Weg über die VBL-Playoffs gehen. Für die wiederum kann man sich ja auch über die Open Qualifier qualifizieren. Und da, Umut, habe ich gehört, hast du den Weg schon bestritten und auch erfolgreich bestritten. Ja, also ich habe im vorletzten Monat jetzt, also im November, habe ich halt diese 90 Spiele gespielt, die man spielen muss. Da konnte ich 87 davon gewinnen, ein Turnant spielen und zwei verlieren. Und dann war ich, glaube ich, 70. oder siebter und man musste unter die Top 18 kommen und dann ist man schon für die Playoffs qualifiziert. Hört sich richtig stark an. Jeffrey, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe jetzt im November die Qualifikation nicht geschafft, aber ich habe im Dezember jetzt auch 84 2-4 geschafft und sollte damit eigentlich qualifiziert sein. Aber das ist halt noch nicht offiziell bestätigt von der VBL, daher will ich ja noch nichts sagen. Also die Jungs sind zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden der Teamkollegen. Platz 6 sicherlich ein richtig gutes Zwischenresultat. Nach der Winterpause, die jetzt vorüber ist, geht es morgen und am kommenden Montag dann auch wieder direkt richtig in die Vollen. Zwei Doppelspieltage stehen auf der Agenda. Unter anderem wird gegen Leipzig gespielt und auch gegen Leverkusen. Also da warten richtig spannende Duelle, die ihr natürlich wieder live auf Twitch und YouTube verfolgen könnt. Und als kleines Geschmäckle haben wir hier mal einen Vorbericht für euch zusammengestellt. Frisch im neuen Jahr geht es in der VBL für unsere E-Rothosen gleich wieder hoch her. An zwei Doppelspieltagen muss sich der HSV einigen Hochkarät anstellen. Am Mittwoch geht es zunächst gegen Arminia Bielefeld und RB Leipzig. Die Arminen haben ihren Groove in dieser Saison bisher noch nicht gefunden. In elf Partien gelang den Bielefeldern nur ein Sieg und damit stehen sie aktuell auf dem 21. Tabellenplatz. Wesentlich besser sieht es bei RB Leipzig aus. Mit einer Statistik von sieben Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und 55 Punkten haben die Roten Bullen den vierten Platz inne. Das Besondere bei den Leipzigern? Im Kader steht neben den E-Sport-Profis mit Diego Demme auch ein Profifußballer. Dieser kam am fünften Spieltag gegen den 1. FC Köln zum Einsatz, musste sich aber mit 0-2 gegen Phenomeno geschlagen geben. Gegen Köln geht es für unsere E-Rothosen dann am darauffolgenden Doppelspieltag. Auch wenn die Kölner nach einer durchwachsenen Hinrunde auf Platz 10 stehen, darf man sie keinesfalls unterschätzen. Neben Phenomeno steht mit The Stranger ein zweimaliger deutscher Meister im Kader der Kölner. Auch der letzte Gegner, Bayer Leverkusen, hat einen deutschen Meister im Kader. Kai Deto-Wollin ist allerdings nicht nur dreimaliger deutscher Meister, sondern auch zweifacher Weltmeister. Auch Detos Teamkollege Dupche ist ein großes Kaliber. Mit 14 Siegen in der aktuellen VBL-Saison hat er die zweitmeisten Partien aller Spieler gewonnen. Also Jungs, zieht euch warm an. So, ihr habt also gesehen, wie es in der VBL weitergeht. Jetzt wollen wir aber nochmal zurückblicken und zwar auf ein, und ich denke, das kann man schon so sagen, ein überragendes Halbjahr, Umut, was du hier aus Parkett gezaubert hast an der Konsole. Waren einige richtig krasse Erfolge mit dabei. Jeffrey nickt auch gerade schon ganz anerkennt. Unter anderem Weekend League, sechsmal in Folge ungeschlagen geblieben, 180 Siege in Folge geholt. Du hast dich jetzt schon zum zweiten Mal für einen Foot Champions Cup qualifiziert, warst in Bukarest, bist jetzt in Atlanta, in den USA. Kannst du das selbst eigentlich schon so richtig begreifen, was du erreicht hast in den letzten Monaten? Also auf jeden Fall hätte ich das nicht erwartet vor der Saison. Ich hätte mir halt gewünscht, mich für einen Foot Champions Cup zu qualifizieren. Dass es jetzt direkt schon zwei sind, von den ersten drei hätte ich jetzt auch niemals gedacht. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich meine Leistung auch bestätigen kann beim dritten Foot Champions Cup und versuche da einfach nur mein Bestes zu geben. Jeffrey, was sagst du als guter Kumpel und, sag ich mal, FIFA-Partner? War das für dich zu erwarten, dass Umut so performt? Ja, also Umut weiß es auch. Also wir haben schon FIFA 19, wo wir halt häufig zusammen gezockt haben, habe ich schon gesagt, dass er sich nächstes Jahr für ein Event qualifizieren wird, weil ich einfach halt schon der Meinung war, dass er ein sehr guter Spieler ist und dann wir ja letztes Jahr noch gar nicht bei den professionellen Turnieren teilnehmen durften, habe ich mir schon gedacht, dass er dann halt nächstes Jahr große Akzente setzen wird. Ja, und deshalb ist es halt dann immer so eine lustige Story, dass er es dann direkt bei der ersten Qualifikation geschafft hat. Weil Umut jetzt ja einfach so unheimlich erfolgreich war in den letzten Monaten, bist du vielleicht so ein bisschen unterm Radar geblieben. Das ist aber eigentlich zu Unrecht, weil du auch richtig gute Ergebnisse zwischendurch erzielt hast. Wie bist du zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und was war für dich vielleicht bisher so das Highlight in deiner HSV-Zeit? Ja, in der Weekend League immer so Elite 1 auch geholt, noch nicht Top 100, weil es nicht so leicht ist, weil man halt fast nur mit 30 Siegen auch reinkommt. Aber ja, wenn die Playoffs jetzt, wenn ich die VBL-Qualifikation jetzt auch geschafft habe, dann ist es glaube ich auch so das Beste bisher, weil es für den Champions Cup bisher noch nicht gereicht hat. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass ich noch genügend Chancen habe, das ja, die Saison zu schaffen. Umut, kommen wir nochmal zurück zu dir. Du hast in den letzten Wochen gemeinsam mit Chrissi den FIFA E-Club World Cup bestritten. Hört sich relativ sperrig an, ist aber eigentlich ein sehr, sehr cooler Wettbewerb, wo ihr gegen richtig starke Gegner gespielt habt. Ihr habt viele, viele Siege eingefahren. Am Ende hat es trotzdem nicht ganz für die Finalrunde gereicht. Woran hat es letztendlich gehapert? Also das war am Anfang so, dass wir halt in der dritten Liga gestartet sind. Das war die unterste Liga, da hatten wir halt ein bisschen Pech beim Losen. Konnten uns doch sehr gut hochspielen, konnten sehr viele Spiele gewinnen. Direkt in die Liga 2, dann in die Liga 1 direkt. Dann mussten wir halt nur die Liga halten. Über ein paar Wochen, das haben wir auch geschafft. Und dann waren halt, glaube ich, am Ende neun Teams. Und nur die besten drei von der letzten Woche kommen weiter. Und da haben wir das dann leider nicht geschafft, obwohl wir die Wochen davor so gut performt haben und halt auch immer so viele Siege geholt haben, direkt in die Liga 1 aufgestiegen sind. Deswegen war das halt sehr schade, aber kann man halt nichts machen. So, inzwischen ist Jan Jamra von den HSV-Profis zu uns gekommen. Jumbo, nimm dir doch gerne den Stuhl. Setz dich zu uns. Jumbo, cool, dass du da bist. Bevor wir uns ein bisschen über FIFA, über E-Sports unterhalten, die viel wichtigere Frage. Wie geht es dir aktuell? Du hast dir im September im Training das Wadenbein gebrochen. Hast jetzt schon eine lange Reha-Phase hinter dir. Wie sieht es aktuell aus? Wann sehen wir dich wieder auf dem Rasen? Ja, mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Ich bin jetzt am Joggen. Ich war heute mit dem Aaron und mit dem Sebastian, unserem Reha-Trainer, am Volkspark Joggen. Also das geht schon ganz gut. Ja, jetzt fahre ich nächste Woche mit ins Trainingshagen und dann gucken wir, wie schnell es gehen kann. Aber wann ich dann wieder komplett im Training sein werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich habe hier gerade schon mit Umut und Jeffrey geschnackt, unseren beiden E-Sports-Youngstern. Wie ist das eigentlich so bei euch, bei den HSV-Profis im Team? Nehmt ihr die E-Sports-Jungs wahr? Verfolgt ihr das? Ja, man sieht es so ein bisschen bei Instagram immer mal wieder, wenn da was gepostet wird. Ja, ab und zu wird da ja auch so ein Spiel übertragen. Ich glaube, dann gibt es auch diese Plattform Twitch oder wie das heißt. Und ja, ich habe mir jetzt noch kein komplettes Spiel angeschaut von unseren E-Sportlern, aber man kriegt das schon mit. Geschaut hast du noch nicht so viel. Wie sieht es denn mit Zocken aus? Bist du selber auch an der Konsole aktiv? Wie würdest du deine Fähigkeiten bei FIFA einschätzen? Ja, also ich zocke selber auch FIFA 20. Ja, wie gut ich jetzt bin, weiß ich jetzt nicht. Also im Vergleich zu den beiden wahrscheinlich nicht so gut. Aber ja, gegen meine Kumpels hole ich schon den einen oder anderen Sieg. Gönnst du den Kumpels auch Jungs hier aus deinem Team vom HSV? Zockst du auch gegen die? Das letzte Mal gegen einen aus der Mannschaft habe ich echt im Sommertrainingslager gespielt. Also eher dann gegen Kumpels, die wenig mit Fußball zu tun haben. Ja, ich denke im Wintertrainingslager wird es aber das eine oder andere Match dann wieder geben. Ich wollte gerade sagen, ihr fliegt jetzt demnächst nach Portugal, nach Lagos. Ist da schon ein FIFA-Turnier geplant? Ne, also ich habe jetzt noch nichts vom FIFA-Turnier gehört. Wir haben letztes Jahr ein FIFA-Turnier gemacht, also im Sommertrainingslager. Da haben wir eins gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewonnen hat. Da ging es für mich bis ins Viertelfinale. Hört sich ja ganz vernünftig an. Hast du denn schon mitbekommen, wer HSV intern so der Profi an der Konsole ist und wer vielleicht Kanonenfutter ist? Also ich weiß, dass Tim Leibold gut war, gegen den bin ich ziemlich rausgeflogen. Khaled ist gut, der ist noch gut. Josch Wagnermann und Jonas Davids sind nicht schlecht. Ja, wer Kanonenfutter war, wer war ziemlich schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, wer richtig schlecht war. Ein spannendes Spiel war Baka gegen Papa, das weiß ich noch im Trainingslager. Das war echt ein sehr spannendes Spiel, da ging es für beide um sehr viel. Ja, wer jetzt aber Kanonenfutter ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jumbo will seine Teamkollegen also nicht in die Pfanne hauen, das ist natürlich in Ordnung. Wir gehen nochmal rüber zu Umut und Jeffrey. Jungs, wie sieht es aus? Habt ihr schon mal gegen einen HSV-Profi FIFA gezockt? Nee, bis jetzt leider noch nicht. Okay, dann werdet ihr gleich die Ehre haben. Bevor wir aber rübergehen an die Konsole, habt ihr glaube ich auch noch eine Frage für Jumbo vorbereitet, oder? Ja, also ich hätte eine Frage und zwar, hast du deine eigene Ultimate Teamcard schon gesehen und wenn ja, wie findest du die? Meine Ultimate Teamcard habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also ich kenne meinen Spieler bei FIFA, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das sind ja dann die gleichen Werte wie bei der Kart, oder? Ja, das sind okay die Werte. Ich denke, bei Tempo hätte ich ein bisschen mehr haben können. Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass du beim Schießen den Wert 45 bekommen hast. Ist das in Ordnung für dich oder muss man da mit EA Sports nochmal sprechen? Ja, könnte man schon nochmal drüber sprechen, aber irgendwas Wahres muss ja dran sein. Alles klar, der Realist Jan Jamra. Ich würde sagen, wir gehen rüber an die Konsole und zocken eine Runde. Du bist, ich bin blau, ne? Ja, du bist blau. Boah, pink ist... Schwierig, aber kommt uns wahrscheinlich entgegen. Warum drücken die Pause? Wir machen gleich noch ein paar Änderungen. Oh, so. Ein paar Profi-Einstellungen vornehm, glaube ich. Ah! Stark Junge, gut so. Sie wissen nicht, wo sie hinwerfen sollen. Haha. Nein, nein, niemals. Weltklasse. Was ist das denn für ein billiges Tor, ey? Ich hätte ehrlich gesagt auch noch mit Abseits gerechnet. Nein! Ey, Klasse. Wir müssen den Bein besser laufen lassen. Ich wollte gerade sagen, mehr Kontrolle. Ey! Kein Foul! Ich glaube, deren Spieler sind auch schneller. Das wirkt irgendwie so, ja. Ich wusste es doch. Da ist ja jeder Schuss drin, ey. E-Spotler-Glück. Echt Glück. Ich glaube, allein bin ich besser. Start haben wir uns anders vorgestellt. Genauso. Schnelles Umschaltspiel. Nachrücken, nachrücken. Sonny ist da. Abbrechen. Ja, Abbrecherweg. Boah, super, 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 super. Jerry kommt. Rückraum. Da haben wir gut gespielt, ey. Da wurde nicht belohnt. Ist das eigentlich, du hast ja vorher in Bochum gespielt, im VfL. Ist das in allen Profifußballmannschaften in Deutschland so, dass FIFA da viel gezockt wird? Oder ist das unterschiedlich? Also ist jetzt beim HSV mehr oder weniger? Oh, fuck. Also in Bochum haben wir auch viel gezockt. Okay. Also da gibt es keine richtig großen Unterschiede? Vom VfL Bochum zum HSV gibt es jetzt keinen Unterschied, was das FIFA-Spiel angeht. Okay. Super. Guck mal. Fuck. Ah, nee. Guter Ball. Super. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Musst du lupfen. Musst du lupfen. Ich bin am Anfang verpennt, ey. Sonst… Wir sind nicht schlechter. Wir sind nicht schlechter. Oh. Ja, also Abpfiff. Alles gut. Ja, Jumbo-Fazit zur Halbzeit. Anfangs war so verpennt, aber danach gut reingekommen. Ja. Wir müssen ein Tor schießen. Ja, stimmt. Ich muss ein Tor schießen. Nach deinem Traumpass. Kalle, komm. Guck mal, guck mal. Oh. Mitte? Ja. Was macht er? Jetzt aber. Ist das Jumbo? Ist das Jumbo, Digga? Niemals? Nein. Alter, ist das Jumbo. Oh, guter Tanz, ey. Zeigst du den auch bei deinem nächsten HSV-Tor? Mal gucken. Stark, ey. 3-1, ey. Verdient aber auch. Verdient. Wir sind besser drin jetzt. Natürlich. Bist du auch so einer, der FIFA schon als Kind gespielt hat und in der Jugend? Ja. Oder erst so vor ein paar Jahren angefangen? Nee. Mein erstes FIFA war, glaube ich, also ich kann mich noch an FIFA 98 ändern. Auf dem PC da, da konnte man in der Halle zocken. Okay. Und dann habe ich beim Kumpel immer FIFA 2002, war das das, wo Asamoah auf dem Cover war? Ja. Das war so das Erste. Fuck. Fuck. Macht er gut, ey. Und wie ist das, wenn man sich jetzt dann so selber spielt? Ist das so ein bisschen wie im Traum? Ja, ist schon cool. Also. Absolut. Schon besonders, oder? Ja, ist schon cool. Muss man grätschen, muss. Geht drauf, ich geh mit. Geht die vorne? Oh fuck. Ins Kino geschickt. Stark. Gut so, gut so. Lass sie dich hops nehmen da. Stark. Ja. Come on. Ende. Ja, Jumbo. 4-1 verloren. Ich nehme die Schuld natürlich auf mich. Was sagst du zum Spiel? Wie lief es? Ja, ich glaube zum Schluss haben wir es ganz gut gemacht. Am Anfang, die ersten 30 Minuten haben wir verpennt, deshalb haben wir es so deutlich verloren. Danach war es ganz in Ordnung. Hättest du dann noch das eine Tor gemacht, wer weiß, wie nah wir dann noch rangekommen wären. Ist schon mal richtig knapp geworden, ja. Ja, ich glaube schon. Die Jungs, muss man schon sagen, haben richtig brutale Qualität, oder? Wenn man so gegen E-Sports Profis spielt. Ja, schon ein anderes Niveau als das, was ich gewöhnt bin. Auf jeden Fall, die sind schon echt gute Zocker. Ja. Du hast mir vorhin vom Kumpel erzählt, gegen den du auch das ein oder andere Mal zockst. Der hat nicht ganz das Level von Udo und Jaffe, oder? Nein, nein, nein. Absolut nicht. Der würde hier zweistellig verlieren. Den habe ich gestern erst wieder abgezogen. Der ist echt nicht gut im Vergleich zu den beiden. Ist der echt eine Niete. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an Jumbo. Vielen Dank an dich. Dankeschön. Und das war's für heute auch schon wieder von der VBL Show. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.